Mein Name ist Bertram Lindh, ich bin 18 Jahre alt und ich bin Center der SGTV Dürkheim bis Baskett Speyer 2. Regionalliga Herren. Ich bin 2 Meter groß und habe ein Kampfgewicht von 105 Kilo. Ich spiele seit 10 Jahren beim TV Dürkheim. Ich trainiere 5 Mal die Woche und habe oft 2 Spiele am Wochenende. In der Saison 2015-2016 war ich in Karlsruhe und spielte Jugendbasketball Bundesliga für den BBA SSC Karlsruhe und erzielte ein Double-Double im Schnitt. Neben der JBBL spielten wir in Karlsruhe U18 Oberliga und gewannen die Baden-Württembergische Meisterschaft. Als ich nach der Saison wieder zu Hause wohnte, spielte ich U18 und Herren Oberliga bei der SG. Bei der U18 hatte ich 34 Punkte im Schnitt und wir gewannen die Rheinland-Pfalz-Meisterschaft, in der ich Most Valuable Player wurde. Mit der Herren Oberliga gewannen wir die Meisterschaft und stiegen in die 2. Regionalliga auf. Bei der Meisterschaft und dem Pokalspiel musste ich aufgrund eines Fußbos, den ich mir bei einem Saisonspiel zuzog, aussetzen. Als ich wieder Sport machen durfte, war ich zu 110% da und spielte neben der SG auch in Heidelberg das NBBL-Qualifikationsturnier. Ich bin in Heidelberg so gut wie der wichtigste Spieler. Im ersten NBBL-Spiel gegen Köln erzielte ich 34 Punkte mit einer Trefferquote von 100%. Mein Herz schlägt für Basketball, weil es auf einer Seite ein unfassbar schneller Sport ist, es körperlich und geistliche Höchstleistung erfordert und man immer an seine Grenzen kommt. Und ebenfalls, weil ich meinen Körper perfekt einsetzen kann.